Das ist eigentlich auch was ganz, ganz Schönes, was ich so zu dieser Weihnachtszeit sehe, denn grüne Kugeln, gelb, grün, ach, grün hatte ich ja schon. Der Schnee, der weiß ist. Der weiße Schnee. Hi! Und hier ist wieder ein... Ich kann mich heute nicht reden, ich weiß gar nicht wieso. Da, wie sieht es etwas anders aus. Ich habe mir heute eine Bindelmütze aufgesetzt. Das ist so kurz in mir, fallen keine richtigen Worte ein. Du ist auch heute mal wieder sehr kunterbunt. Und durch die ganzen vielen Lichter und die Kugeln und... Ich kriege echt die Kräste. Ich weiß halt nicht, was ich sagen soll. Hallöle! Ich kriege echt die Kräste. Ich könnte voll kotzen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du hast doch so eine tolle Mütze. Dann setz sie doch auch einfach mal auf. Und jetzt bin ich so eine kleine Niki... Eine Niki-Laus. Ja, bin richtig, richtig schon aufgeregt, was sie sich wieder einfallen lassen. Ach, das ist so bescheuert. Warum muss sie denn jetzt draußen im Garten rumrennen, wenn ich jetzt hier am Filmen bin? Ha, Mutter! Oh, ist doch bescheuert. Nein, ist das doof. Na, habt ihr mich erkannt? Hallöchen! Ich finde heute irgendwie kein Anfang. Ich höre mich so doof an. Und das heißt auch wieder, als... Fällt es heute echt ganz schön schwer, irgendwas Passendes zu finden. Soll ich einfach mal? Ich zoome es mal so ein bisschen ran. Das ist total bescheuert. Ich krieg die Krise. Ich finde heute keine passenden Wörter, Worte, wie auch immer. Ganz ruhig. Überleg dir was. Kein richtiges Englisch. Auch bescheuert. Ich brauche eigentlich gar nicht viel sagen. Ich kriege heute voll die Kretze. Das gefällt mir alles nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ah, dieiler zu sehen. Du musst Factoren. Ich brauche es Java. Das ist so, was ich. Ich brauche meinOD! Genau so etwas was. Gut, weil ich te cannon. Ich wirze dich an! Vielen Dank.